Hallo und willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Ja, wir machen dann mal wieder... Klopp, klopp! Wer, wer, was? Was ist das denn? Hi! Na, wer bist du denn? Ich heiße Ello! Ja, mal Schluss mit der Schauspielerei. Das ist unser Ello. Der macht jetzt einfach mal mit Minecraft. Ja, und ich renne! Okay, und das wäre vielleicht ein bisschen blöd, aber ich wollte jetzt aus dem Feld so springen. Das wäre ja auch ein bisschen cool. Ihr fragt euch bestimmt, warum der Player ist. Ja, weil er keinen Minecraft-Account hat. Aber er spielt Minecraft so lebenslos gerne. Und ja, jetzt machen wir eine Minecraft-Account. Und jetzt gehe ich weg! Nein, 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 du bleibst jetzt hier, komm. Ich mache jetzt erstmal... Ich werde jetzt mal ein bisschen um die Welt rumstreifen. Nee, warte mal. Ich gebe dir eine Axt. Du baust Holz ab. Wenn ich Holz finde. Also, da vorne ist Holz. Und da baust du da Holz ab. Dann werf mal! Ja, hier. Und dann kannst du Holz abbauen. Und wenn du dann das Holz hast, dann kannst du da oben das Dach mit mir weitermachen. Wo ist das Holz? Da hinten. Oh ja, das ist... Ja, das schon wie... Hey, da sind noch Kurse. Willst du die auch fahren? Äh, nee, wir haben genug Kurse. Die sollen da bleiben. Das ist eine schöne Natur. Also, auf jeden Fall... Was denn für Holz? Eichenholz? Ja, Eichenholz. Auf jeden Fall haben wir letzte Folge das Dach weitergemacht. Und jetzt werden wir das genauso tun. Ja, nur diesmal mit mir. Genau. Wir haben eben auch schon weiße Vollgallen gesockt. Ja, das war richtig gut. Wir haben die Griechen so abgezockt. Das hatten wir ja zwar letztes Mal nicht geschafft, aber auch diesmal. Ja. Kannst du auch mal sehen. Ja, guck mal. Player, dein Spielmodus wurde auf Überlebensmodus gesetzt. Falls ihr jetzt denkt, wow, wir cheaten alle. Nein, der Player war noch in unserem alten Haus und dann mussten wir jetzt einfach mal ihn rüberfliegen. Also, wir haben jetzt im Moment Cheats an, aber ich gehe nicht in den Game-Mode und cheate mir was. Nee. Nee. Und wenn mir jetzt nicht entschuldigen würdet, also, äh, de nuclelelala. So. Und jetzt kann ich mir alles Sachen schieten. Nee, natürlich nicht. Das würde ich niemals machen. Ich bin kein Cheater. Und es macht ja auch viel mehr Spaß so. Oh, Mann, so langweilig. Ich mente natürlich, es macht viel mehr Spaß. Neigal. Auf jeden Fall bauen wir jetzt das Dach weiter. Ja, und ich habe schon 21 Holz. Und ich will mehr. Nee. Denn es ist eine Kuh. Soll ich die schlachten? Ganz gut, aber eher solltest du dich jetzt auf das Holz konzentrieren. Mach ich doch. Gut. Ist egal welches Holz oder muss es Eichenholz sein? Eichenholz. Gut. Ich hab ja auch einen Eichenholzbaum, falls ihr die einen selbst verwendet. Selbstlich. Ja, meinetwegen. Und du hast recht, diese Bäume, die noch Äste haben, die sind voll blöd. Voll blöd, weil da sind die Bäume viel höher mit Ästen. Da komm ich gar nicht immer an. Gut, ich hab gleich einen 64-Stick. Aber ich muss sagen, ich war zwar noch nie in der Let's Play-Wid, aber jetzt muss ich echt sagen, das ist voll egal in der Welt. Ist das erstmal so ein Land? Und zweitens sogar, dass da so viele coole Sachen sind. So viele Minen, so viele Eichenbäume. Wenn man ein bisschen sucht, dann findet man das in jeder Welt. Wie lange hast du denn dieser Let's Play-Wid gesucht? Wie jetzt? Ich hab einfach drauf losgemacht. Da gab's keinen Suchen. Echt? Alles coole. Ja, ehrlich. Du musst jetzt einfach nur, du warst in der Welt, wo du so viel... Ich hab einfach nur in der Welt gestattet. Oder hab ich einfach mal gedacht, warum mach ich kein Let's Play? Nee, das hab ich natürlich schon vorher alles entschieden, dass ich ein Let's Play machen möchte. Ach, wer erinnert sich noch an die erste Folge? Das erste Mal mein Fortspiel. Nein, das ist für mich nicht. Ich bin schon seit langem im Geschäft. Also, ich hab schon richtig viel Geld verdient. Ich spiel schon länger mal. Jetzt hören wir mal auf mit dem Quatsch. Ich bringe dir gleich das Holz. 62er Stickerbüsch. Ja, Quatsch. Hier oben, siehst du mich? Ja, hier. Ich bringe mal runter. Nee, ich will mich nicht verletzen, wenn wir nicht das Bein brechen. Ja, ja, ich bin tot, tot, tot. Aber nein, das sind schon 15.000 Mal das Bein gebrochen. Ach nee. Weiß nicht jeder. Weil die alle zuhören. Die alle zuhören. Gut, ich mach mal Holzbrenner draus. Gut, und dann kannst du, äh, Treppen draus machen, ne? Ja, das wollte ich auch. Mann, du bist ja hellseher. Wow. Die neuen Eichenbäume, die ich gekriegt hab, die vier, die werd ich auch gleich einpflanzen. Ja, blöde Hüder, schlag dich gleich ab, wenn ihr nicht leise seid. So gut. Ich kann die Hüder gar nicht hören. Mann, aber ich hab noch irgendwie leiser gemacht als sonst. Wie leiser als sonst? Ja, leiser, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich manchmal taub, und dann bin ich manchmal nicht taub. Aber weißt du, was komisch ist? Was denn? Ich höre dich die ganze Zeit, aber ich höre alles leiser. Oh Mann, bei der weißen Voll. Da hab ich ganz vergessen, wie man das bei Mike Puff macht. Geh ich nochmal raus? Aus dem Handwerk? Ding hier? I. Oh, ja, da wird... No, Mann, warum geh ich denn da weg? Falls ich jetzt gefragt hab, warum mach ich das jetzt kaputt, das war einfach nur ein kleiner Hörteil. So, das ist genau. Jetzt höre ich auch die Kühle, wie sie schnaufen. Gut. Weiter, weiter, Stöcker, Stöcker für Stöcker, 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 Stöcker für Stöcker. Okay, Stöcker für Stöcker, Stöcker haben wir neben mir. Warum machst du Stöcker? Damit ich Leiter brauchen kann? Nein, warte mal kurz, keine Stöcker machen. Warum nicht? Was willst du machen? Leiter? Wir brauchen aber Treppen. Treppen macht man aus? Holz. Oh, Leiter. Also, trotzdem brauch ich Leitern, um da überhaupt hochzukommen. Ich hab keinen Bock ins Haus und dann immer, weißt du, dass man da eine Leiter hat, dass man da gleich hochkommt. Ist doch auch praktisch. Dann kann man da gleich hochmaschinen und dann... Dann hat man vielleicht die Möglichkeit, vom Dach zu fallen. Aber das wäre ja nicht schlimm. Leiter? Leiter? Also, dieses Dach ist wirklich mega groß. Ich hab mir mal eine alte Folge angeguckt von mir, ne? So, als ich gerade das Dach gemacht habe und das hat echt nicht lang gedauert. Und jetzt sitzen wir hier jetzt schon drei Stunden lange. Aber es geht jetzt irgendwie relativ schnell, wenn man so ein bisschen quatscht dazu, sich ein bisschen freut. Ach ja, wieder ein bisschen Kleinkraft hier mit so Freunden, ne? Obwohl, dass er schon so lange nicht mehr gespielt hat. Oh, Mann, eben, diese Musik nervt. Immer wenn sie kommt, nervt sie. Oh, scheiße! Sie kann es auch ausschalten, ne? Ja, und das Blöde ist, es wird dunkel. Und du weißt, wie ich Dunkelheit hasse. Ey, das ist ja blöden Creeper, da ist komisch. Oh, wo Dunkelheit? Ich hatte wegen einem kleinen Experiment auf friedlich gestimmt. Einfach. Echt? Ja. Ist es immer noch auf friedlich? Jetzt nicht mehr. Du weißt, wie schlecht ich gegen Monster kämpfen bin. Ja, du bist ja auch nicht da unten, sondern du bist hier oben. Ich komm gerade. Hopp, 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 hopp. Leiter gebaut! Oh, scheiße! Nein! Okay, das war jetzt blöd. Ja, wie komm ich da jetzt wieder hoch? Ach so, und übrigens, Monster können, glaube ich, auch Leiter hochgehen. Nee! Glaube ich. Dann mach sie kaputt wieder. Okay, wozu, Okay, dann lass dir Monster einfallen. Kannst du erstmal rübergehen. Ja, ich komm hier aber nicht mehr wieder hoch. Und ich glaube, du brauchst mir gar nicht mehr mein Dach jetzt. Ich hab's gleich fertig. Echt? Oh, okay. Hast du noch genug Treppen? Sonst holst du dir hier unten bei mir welche ab. So. Wer will das denn haben? Guck mal lieber, ob Monsterleiter noch kettern können. Weil das ist nämlich schon doke. Ich merke das. Bei dir, denn in meinem Spiel kann ich ja gucken. Und man ist es von drinnen, schön hell, da werden die Monster getötet. Stell dir das mal vor, da hast du fucken, das ist abends, stellst du dich hier rum fucken und wenn, wenn so ein, wenn jetzt so ein, äh, sagen wir jetzt mal, ein Skelett kommt, dann auf einmal, nein, die verbrennen. Stell dir das mal vor. so kurz ist es nicht ein Skelett. Stell dir das mal vor, das würde dann echt passieren. Hast du ein Schwert dabei? Ja. Gut, und ich gib dir mal kurz ein Schwert. Nein, brauchst du nicht. Oh, ne, ne. Du brauchst, oh, ein paar Pflaster schmuck. Oh, dann hol ich mir jetzt mal eine Leiter ab. Ich meinte, dann natürlich eine Treppe. Du, ich bin doch nicht fertig. dann eben gleich. Warte, so, ich kann dir die erste Lieferung geben von 40 Treppen. Gut, und kannst mir dann auch nochmal was geben? Genau, eine Axt. Deine Axt, oder ist die schon kaputt? Ne, die ist noch gut. Wir werfen nochmal. Äh, wie? Alles gut stabiliert bei mir. Ja, wie ist da? Ja, die Axt hast du? Danke. Gut. Brauchst du Leiter? Ne, ich brauchst du. Also Treppen. Kannst du auch einfach so rausziehen. Hab ich auch schon mal reiterklettert. Aber cool, dass die so runterfallen, wenn sie so, wuuuuh, ne, nur noch 10. Lass mal einen werfen. Okay, warte mal was. Und jetzt werfen wir mal einen und dann fallen die jetzt runter. Ist ja geil. Cool. Oh, das war gerade gewesen. Ich glaube, die können nicht hochfallen, oder? Ah, da ist ein Zombie oben. das bin ich. ein Zombie. Ich steh mal vor, ich so als... Scheiße, ein Zombie, ich muss dich schlagen. Nein, ich steh mal vor, ich so als Zombie da. So, da ist ein Marina. Gut, wie komm ich da jetzt hoch? Ah, so komm ich da hoch. Gut, ich komm auch mal hoch. Ding. Ich will die Welt von oben sehen. Ich will die Welt von oben sehen. Ich will die Welt von oben sehen. Hi. Tschüss. Ich bin heimgeschlossen. Warum eigentlich immer so lau? Immer so, äh. Okay, jetzt reicht's mir. Lies mich hier ein. Nein, tu es nicht. Nein, mach mein Haus kaputt. Ja, wie soll ich denn sonst da hochkommen? Gar nicht. Keine Ahnung. Gleich, schön, wir fertig. Oh, das Dach ist doch schon fertig. Gleich. fast. Hey, Leute, ihr könnt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr jetzt die Fertigstellung unseres Dachs sehen. Oh, scheiße, ein Spinner hat uns gesehen. glaube ich. Ja, aber warum denn mal oben? Geh mal kurz weg. Danke. Und wie kommen wir dann wieder rein? Hey, ich seh da hinten noch ein Haus. Das ist ein Dorf. Ja, da ist ein Dorf. Warst du da schon? Ja. Hast du schon Karotten gekriegt? Ich hab schon seit 1000 Jahren Karotten. Seit der ersten Folge. Oh. Und? Das letzte? Gut, wir haben das noch fertig. Ja, und wie komm ich jetzt wieder rein? Das Dach haben wir noch gar nicht fertig eigentlich, um genau zu sein. Gut, tut mir leid, ich muss das Dach hier noch zu schütteln. Nein, 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 Tut mir leid. Immer so laut hier. Warum da? Das droht immer hoch. Da sind so viele. Und ich hab Kopfhörer auf. Warum immer so laut? Ja, und Sommi hat dich bestimmt gesehen, es kommt immer so laut. Gut, ich mach hier oben, auf dem Dach, mach ich so ein kleines Haus für mich, okay? Wie jetzt? Ein kleines Haus für mich? Nein, Nein, du wohnst hier ja nicht. Ja, aber für eben jetzt, für kurz. Einfach mal so, als ob du so ein Gasthaus-CD bist. Nee, hab ich aber nicht. Das musst du wirklich haben. Das musst du nicht haben. Nein, da muss was anderes hin. Aber ich werd nicht viel Platz verbruchen, nur ganz viel. Ach so, hab ich nicht am Anfang gesagt, aber diesen Link, also wer jetzt nicht über Handy guckt oder keinen Computer hat, der jetzt irgendwie das nicht anzeigt. Oh, bitte. Lass das, lass das, lass das nicht kaputt machen. Das wird ganz weh, nicht nur. Ich mach mein Gästezimmer selber. Da, wo es hinkommen soll, aber hier soll was... Ja, ich will nur, das kannst du auch nach der Folge wieder zerstören. Aber ich möchte nur, dass ich hier ein bisschen wohnen kann. Ein bisschen wohnlich machen. Okay. Okay. Okay, warum... Diese Spinne, die... Schmäh. Ist irgendwie ein bisschen blöd. Hier, guck mal, ich mach nur so ne zwei Mauern. Okay, ich brauch's wieder ab, nachher. Nachher. Und wahrscheinlich wird dann wieder Mail da sein. Hier, so. Ja, fertig. Das sieht doch schon mal nach nem guten Gäste aus. Das sieht doch nicht ganz toll aus. Nein. Gut, ich hör wieder. Okay. Hey, aufwass, ich werf mal Ei. Wuuu. Scheiße, kommt nix raus. Ja, soll doch nicht. Ich will kein Hausruhen haben. Ich hab schon Hausruhen. Das ist jetzt los. Hey, warum machst du das Dach kaputt? Ich darf nicht, aber du machst es. Ja, warum hast du das Dach kaputt gemacht? Ja, damit die da runterkommen wieder. Ohne sie von Monster attackiert werden. Das ist genau im Gegenteil. Guck mal, sieht das nicht hübsch aus? So, jetzt ist das Dach fertig. So, okay. Das Dach ist fertig. Ja, das ist es. Kann ich mir ein paar Pflastersteine von dir ausbauen? Wofür? Ja, wofür wohl? Für Werkzeuge. Das macht man mit Eisen bei mir. Okay, dann gib mir ein bisschen Eisen. In der Truhe oben. Welch oben? Da. Und zwar da. Jetzt lieg's abbiegen. Hier? Ja, genau. Oh, Eisen. Oh, das wurde jetzt aber geholfen. Das hab ich. Brauchst du noch ein Laps? Das Laps sind noch? Nein. Gut. Brauch ich mir da was schönes. So ein Möbel oder so. Wie jetzt? Ja, was? Du wohnst nur für ein paar Sekunden hier. Du bist nur ein Gast. Na und? Was soll denn eigentlich unser nächstes Thema sein? Was für ein Thema? Unser Thema jetzt ist Dach gewesen. Also jetzt ist eine Kuh unser Thema. Oh. Na du? Bring es um. Bring es um. Also ich bin total tierlieb. Und was mach ich mit Lapses Lapsoli? Hm. Wie kann ich daraus irgendwas schönes bauen? Was kann man daraus bauen? Warum sollst du dir das sagen? Wenn du meinen Lapses Laps umbringst? Was brauch ich denn? Was kann ich damit bauen? Mit viel Laps. Was? Äh, ein Block. Aber das kannst du mit diesen wenigen Lapses Lapsoli gar nicht machen. Sag mal. Wie viel? Hast du alles Lapses Laps mit dir rauszuholen? Das waren 6 Stück. Mehr nicht. Mel? Was hast du mit unseren Lapses Lapsoli gemacht? Wir hatten doch mal viel mehr. Ja. Als wenn ich es jetzt vermissen würde. Aber ich vermisse es nicht. Aber trotzdem. Ja, deswegen sagst du sowas. Mhm. Ey, wofür hast du die Druckplatte eigentlich bei dir vor? Wie jetzt? Das sind, damit das Leben leichter ist. Man muss einfach nur durchgehen und dann wird die Tür auf. Ist ein alter Gut, aber es macht das lieber. Wie macht man das denn? Einfach hinstellen? Ja. So. Und dann kannst du hier so reingehen. Äh, geil. Das ist ja geil. Ja, das scheint jetzt wohl so sein. Jetzt mach ich mir so ein paar Säulen, so nur zwei Säulen. Das reicht. Hallo, hallo, hallo. Nach technischen Problemen sind Bilder da. Der altbekannte Spruch. Ja, wir hatten grad ein paar Probleme. Guck, ich hab der... Ja, hast du was zu essen für mich? Hol' wir mal mit. Ich habe... Warte, ich hol' mir grad mal... Ich hol' mir mal ein bisschen was zu essen aus deiner Truhe irgendwo. Nee, ich kann dir doch jetzt nur was zu essen geben. Oh, es wird morgens. Ich kann mir ja eigentlich auch ein bisschen Weizen holen. Okay. Weizen! Dann kann ich mir mein eigenes Brot, hab' ich dann. Oh, gerade stell' mir die Skelette ab. Ah ja, ich kann ja hier ein bisschen von deinem Getreide wegmachen. Weil du hast jetzt schon wieder ein bisschen frei. Guck. Wo bist du? Ich bin gerade oben und mach da raus. Sind die Karotten hier schon reif? Das sind keine Karotten, Kartoffeln. Und das ist reif, das ist reif, das ist reif, das ist reif, das ist reif. Gut. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das, das, das. Das. Das auch. Gut, jetzt habe ich alles bei dir abgebaut, was abbaubar war. Schon abbaubar war. Gut. Da hab ich alles, was ich zum Leben brauch. Danke. Ach, da hast du dir, Alter. Na, wie, da kannst du nicht hoch hier? Freut mich. Wollte der hoch? Ja, der will hoch. Konnte der damit hoch auf der Leiter? Der ist doch noch Erde. Na ja. Ja, hab ich einfach nur hingemacht. Du hast echt einen schicken Baustil, muss ich ehrlich sein. Danke. Ja, ja. Das kann ich aus Kartoffeln machen? Nur essen? Kannst du essen und braten. Wenn du sie brätst, dann sind sie viel leckerer. Geben sie mehr? Dann? Sie geben viel mehr. Warum hat Mehl hier die Karotten reingepackt? Was hat Mehl mit Karotten? Ne, das will ich nicht. Wie? Karotten, die sollen da oben rein. Das weiß doch, wie ihr das kleines war. Äh, nein, das auch nicht. Das ist das. Mann, wo ist das, was ich haben will? Ich werde das ganze Haus aufgekommen, der sich das hat, was ich haben will. Oh, hier geht's noch raus. Mann, das ist Klasse. Äh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Nein, das soll nicht, was ich brauche. Oder? Nein. Nein. So viel will ich denn nicht. Ach, der Kribi. Ja, warte. Nein, das die Kofar, die will ich auch nicht. Nein, die will ich nicht. Ja, gut, wo hast du denn das? Du kannst ja nicht so viele Stockwerke haben. Wie kann ich das nicht finden? Oh, hier ist auch noch ein bisschen abbaubar. So. So. Pascal! Äh, Pasco! Ja? Mir fehlt was. Mir fehlt hier was ganz dringendes. Pflasterstein! Guck mir so vor, als ob du keinen Pflasterstein hast. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hier ist nichts drin. Ich muss aber mal Pflasterstein haben. Ich muss aber mal Pflasterstein haben. Ich muss ja auch haben. Ein Pflasterstein stirbt. Du hast gerade eine Spinne getötet? Nein. Die ist auf unserem Dach. Äh, du weißt, was ist Dach hier noch offen? Da soll es offen sein. Da soll es offen sein. Da soll es offen sein. Kannst ja mal stehen bleiben. Kannst ja mal sehen, was ich da mache. Ja. Was war das eben für eine Laufanimation? Der ist gewackelt und nicht gelaufen. Ja, nein. Der hat eher mit den Hüften gespuckt. Sommertanz. 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 Oh nein. Oh nein. Du hast keinen Pflasterstein. Ich hab schon alles durchgesucht. Da? Da noch nicht. Du hast keinen Pflasterstein. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Ey, guck mal hier hast du nicht mal Pflastersteine. Und die Folge ist wieder vorbei. Oh, schade. Ja, gut dann. Tschüss. Ja, wir sagen dann gleich mal tschüss. Du kannst schon mal alle seine Sachen wegpacken. Was? Seine Sachen wegpacken. Warum denn nun? Weil wenn du dann raus bist, jetzt aus diesem Spiel, du wirst ja wahrscheinlich niemals spielen, sind dann die Sachen weg. Weil du dann raus bist. Warte, da muss ich noch eine Truhe bauen, wo die Sachen reinpacken. Weil da sind ja auch ganz viele Sachen von dir drin. Ja, genau das ist was wir jetzt zurückbringen, weil das ist ja meine Sachen. Also, ich wollte es eigentlich. Also, kann ich ja alle in die Kisten rein tun. Nein, genau. Dann packst du sie in dahin, dann habe ich wieder ganz viel zum Aufräumen mit einer neuen Freunden. Und dann kann ich mehr von diesem Spektakel erzählen, obwohl sie sieht es da selbst. Und dann fragt sie sich bestimmt, was machst du hier schon wieder für die Scheiße? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Oder da nicht? Oder Summertan, Summertan, Summertan. Das Lied ist absteckend. Hier sind dann noch das Lapseli, deine 64 Eisenbahnen, 10 Kakaobohnen, 64 Stöcker, 6 Stöcker, 3 Getreide noch, 4 Erden, 4 Eichnolzbäcker, 5 Eichnolzbäcker, 5 Eichnolzbäcker, 5 Eichnolzbäcker, 5 Eichnolzbäcker, 5 Eichnolzbäcker, 5 Sand, 2 Focken, 11 Leitern. Ja, jetzt überziehen wir wieder, aber ich hab einfach Bock dazu. Nein. Wir überziehen schon lange, der Teil war schon lange aus. Oh. Na gut, ich kann mich einfach nicht mehr halten, die Folge jetzt beenden. Also deshalb sag ich jetzt, ich will das noch fertig kriegen. Wer macht das denn noch fertig? Ja, ja. Ja, aber dann wird die Folge wieder so eine 30 Minuten Folge und ich hasse solche Folgen. Nein, ist ja auch eigentlich egal, aber hm. Dann machst du das bei deiner nächsten Folge weiter. Ich bin eh hier noch dran, meine kleine Hütte wegzumachen. Nein, das brauchst du auch gar nichts, das mach ich doch gerne. Dann kann ich mal Mel auch die Geschichte dazu erzählen. Na gut, lass ich den Rest da. Zuck. Obwohl das gar nicht so gut aussehen wie Erde. Gut, na dann. Pasco? Ja, ja, ich mach's halt rein. Mensch. Ich mach mal immer so hetzen hier. Was machst du denn? Ich mach noch dieses kleine Ding hier. Und ich wollte noch mal Erde machen hier. So, und jetzt morgen mal... Ah, drei. Passt das? Passt das? Passt das? Passt das? Kommt schon. Und es passt. Ich hab sogar noch eine übrig. Okay, hier sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Sieht scheiße aus. Ne, doch nicht. Alle. Tschüss. Ne, das hat sich auch kacke an. Also gut. Gut. Also, aufpassen, wenn ich vielleicht die Spinne oder also tschüss. Na egal, die ist nicht böse. Na gut, dann. Tschüss. Tschüss. Musik